Einen wunderschönen wünsche ich euch und Herzlich Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Survivor! Ich habe bloß ein bisschen Schiss, dass hier gleich ein Ding-Ding oder sowas kommt. Oh, doch eine Legion! Ja nicht, dann heile ich erst mal selber. Ich weiß nicht, warum die Religion nicht herkommt. Jetzt kommt sie. Komm weg! Ähm, ich bin denmerk.de und geh hier hinter. Hier ist auch ein Gen. Den gönne ich mir. Zu! Willst du den mal heilen? Okay, dann machen wir den Gen fertig. Da ist Gruin drin. Wir kommen gleich. Es geht gleich los. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's, Betschi! Olle Hexe! Oha! Ich hab's gefunden! Ah! Hi, David. Oh, gotcha. Jetzt hat sie mich unerwichtig. Ey, sie bleibt doch bei mir, alles klar. Tja, da wird ja auch Zeit. Oh je. Alle geheilt, aber gefährdet. Lasst mich hängen, bis das abgelaufen ist, dann können wir loslegen. Boah, ich komme mir heute vor, als ob ich... Sehr schön! David, sehr schön. Dann ist Robin endlich weg. So und jetzt könnte mich einer langsam retten. Hallo, jetzt ich hier wäre bereit zur Rettung. Oh! Willst du mal probieren, ob du mich heilen kannst? Oh, David, hi! Hey! Was hast du im Gesicht? Warum? Du bist ja noch gar nicht fertig! David! David! Die und sie zieht sie. David! David! Ich wollte dich fertig heilen, du Hubboldt! Jetzt komm her! Ja! Dann leck mir doch an die Füße! Ne? Geheilt und gleich wieder verletzt. Was ist das? Ich tue es nicht! Aha! Was hat sie mit uns vor? Das Pirk der Krähe hat sie dabei! Die neue wird gejagt? Ist das in Ordnung? Ich habe noch nicht mal innere Heilung akzeptiert. Und ich habe eigentlich die Tagesaufgabe mit UIT hier einen Ausgangspunkt zu öffnen. Okay, die Pünken sind so. Vielleicht hält sie noch so lange auf, dass wir die zwei Gems durchkriegen. Das heißt nämlich, wir haben dann alle fertig. Und das wiederum heißt, dass ich als Ausgangspunkt gehen kann. Das ist ein Stückchen eher färblicher als ich. Das ist ein Stückchen eher färblicher als ich. Heiß! Ah! 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 Danke, dass Du mich wenigstens wenden tust. Ah! Ich kann auch gleich heilen. Ja jetzt. Sie macht mein Gen fertig, das ist schön. Sehr schön. Ich muss. Trotzdem hat sie mich an den Stimmen geguckt. Ich will bloß das Tor aufmachen. Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Ich wollte ja nur das Tor aufmachen, damit ich die Tagesaufgabe schaffe. Ja! Sehr schön. Sehr schön. Naja, wenigstens ein Pip bekommen. Und man sieht ja wieder, es geht auch... Oh, sie hat scheinbar die Luge bekommen. Ach nee, sie ist tot. Ah, die war tot! Auch weil du tot bist, regst du dich jetzt auf. Na, keep cool, Junge. Na ja. Egal. Für mich war es ein GG. Oh. Scheiß lange Fingernäge. Und euch wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen rastlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight. Ciao! Tschau!